Impure Titanium Ist das noch? Nein, nein, das ist das nicht Hier, wir müssen Siehst du hier, pass auf, in dem In dem hier müssen wir Magnesium mit Impure Titanium ihn zusammen machen und dann kriegen wir das Titanium raus Warte aber gerade Ah, wir haben einen Block drin, jawoll Besser gut So, ich kann die schon mal anheizen Weil die den Dinger halten und endlich Die halten voll lange hier, die Blocks Und das Glück ist, wir müssen nicht automatisch drauf achten, dass das oder nicht drauf klicken, das macht er jetzt automatisch Und ich hab einmal vorher gefällt mit dem Magnesium Wenn das zu länger drin ist, kommt Faro's Ingot raus, voll schlecht ne Oh, nicht so geil Schlecht? Wenn es zu lange diesem Ingot Impressor drin lässt Ich hatte noch Glück gehabt Sonst wären alle vier kaputt gegangen Lol Wo sind die anderen Kristalle? Die anderen Kristalle irgendwie nicht aufgesammelt Wenn sie wieder zurück gehen Das weiß ich nicht Oh, jetzt darf ich jetzt mal wieder zurück Weil ich was vergessen hab Schön Okay, viel gebrochen ist mal Muss man echt so ein Autophil heranhauen Hattet ihr da einfach ein Kristallenbron Ach Brauchst du nicht, ne? Du Oh Um das in die Rüstung verbauen kann Nein, du hält die Presse Na bist du aber wieder heute Richtig motiviert Der ist auch ganz nett Das war ganz lieb Ich geh nirgends rum, ich muss sie auch gesammelt haben Da Da Muss auch die Klappe haben Da In meinem Weg Äh, bin ich gut Ja Bist du Was du auch immer sagen würdest Dass er gut ist Hi Da Da 4 5 Access Ports Oh, scheiße Das ist immer ein Elementor, ey Die Vision Seagull, ne? Aber einfach nicht stacken Das ist richtig ekelhaft Äh, mach dann Babel Ich glaub mit Babel kann man die stacken Oder Babel lässt sich auf jeden Fall die Möglichkeit zum stacken War noch Barrel, ne? Naja, wir haben keine Barrel Doch, geh mal hinten an die Wand, wo die Steinwand kann sein abreißen Das soll leider Mit dir keiner 6 Points, jawoll Noch 16 Truhen Doch Doch Und die Wetter geht Und wieder ab nach oben Haben wir auch nicht genug Holz Ein paar Eier, die hier drinnen waren Nimm doch einfach weg von der Wand Nimm doch einfach weg von der Wand Aber ich kann ihn nicht aufgeben Weil du keinen Platz hast Machen drei Ports wo Ding Das heißt, ich nehme erstmal Reicht erstmal Ich brauch noch den Den, 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 den Davon hab ich schon Den noch Und die Tick Hallo So Drei 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 Ah fuck. Haben wir noch ne Kiste zum Zumüllen? Ach ja, hab ich ihn runter, top. Alter, 64 Decks, äh, Eier weg. Was hast du mit den Eiern gemacht? Brand. Was ist das mit den Eiern gemacht? Du hast noch genug davon da hinten. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich mit den Eiern machen soll. Gar nix. Benutz die Rasse wegen des Welch. Ähhhhh. Schlecht. Entfangen. Doch du bist nett zu mir. Ah, okay. Was ist das? Das. Das, okay. Din, 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 din. Oh spinne. Ihr seid scheiße. Verpisst euch. Oh, Skull-Eimer. Einfach durchs Portal werfen. Ah, ich komm nach vorne durch. Ah, ich muss das Glas eh weg machen. Ty, lieber Kopfgeschossen. Oh. Bam. Naja, ich kühl die mit Ender. Sieht viel geil aus. Ja. Dauert nur etwas länger, aber egal. Ist es doch. Ja, mit Wasser kann jeder kühlen. Mit Ender auch, wenn man das hat. Fällt mich ja jetzt zum kümmern, dass ich es gleich hab. Oh. Oh, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Der muss ja noch rein. Oh. So. War aber passend. Na ihn. Hier geblieben. Hallo. Kommt her. Hm. Bumm. Ich bin. Äh. Generator machen. Was für ein Generator? Äh. Nezastar Generator. Ja. Können wir ruhig machen. Und dann geh ich nochmal kurz in die Höhle und fahren nochmal. Äh. 4 Köpfe. Geht ja schnell. Ähm. Da ist ein Reaktor lächerlich gegen. Okay. Und das ist wirklich gemeint. Der ist lächerlich dagegen. Der treibt aber auch mal wieder meinen. Der macht in zwei Minuten pro Tick 40. Komm. Äh. 40.960. Äh. Äh. Nur dass ein Tick, äh, ein 20 Millisekunde ist, ne? Also. Na gut. Aber ich würd sagen, ich beende hier meine Aufnahme. Tschüss, Centos. Und die beiden Affen werden noch weiter suchen. Bis zum nächsten Mal, bei das Minecraft-Team. Tschau, tschau. Hast aber ihr auch auf, Centos. Grüß. Gut, ich bin groß und vier. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Wieso? Ich bleib doch noch drauf. Ne. Doch. Kannst bitte gehen? Nein. Doch. Ich kann den Zopf auch ausmachen. Boah, Centos, ey. Immer diese... Wesse. Ich kann den Zopf auch ausmachen. Na gut, wir gehen. Aber jetzt hat man da gequatscht ja noch. Ja, und Pech gehabt. Vielleicht will man das nicht. Pech. Ach, das Ding kommt da rein. Ich verstehe. Kann ich den Einzelnen setzen? Nein, ich tippe mal, der ist Reaktor gebunden mit. Oh. Schauen wir mal. Sehen wir ja gleich. Genau. Stromport. Oh. Ich entleere mal wieder meine Level. Haben wir auch nicht genug. Ne. Ich pack nochmal 33 Level da rein. So. Land for Land Machines. Oh, halt's Maul. Interessiert keinen. Fick Reaktor. Ender. Ender, 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 komm. Da. Wollen wir den flüssiges Ender. Da. Waren wir schon fast 3 Stunden wieder. So. Ja. Oh, jetzt brauchen wir Ender Seeds. Ender, Ender, Ender Seeds. Jetzt wird's teuer. Teuer. Wie jetzt? Mhm. Zehn Division Siegel, dein Ernst? 1 auf Black. Äh. Das sind... Ja doch, 10 sind das, ja. Warum? Das ist... Das ist doch viel. Das ist gar nix dafür. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Dann brauche ich den. Oder soll man direkt zeigen?